Und dann Moinzen zu diesem Dreiteiler, ja, ich habe es mal rausgenommen bei so vielen Themen, bei so einer Videolenke und so Geschichten, das Ganze mal zu unterteilen. Teil 1 hier von 3, hier Thema Polizei und natürlich danach auch der Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Zuerst das Thema Polizei, das auch schon ganz kurz angesprochen im Spielfazit, hier auch wie immer auch Knarre fürs Dortmund-Spiel, für den Inhalt natürlich dazu, gerne das auch schon, ja, anschauen oder vielleicht auch schon angeschaut, das Spielfazit direkt nach dem Spiel, natürlich auch schon viel inhaltlich gesagt, deswegen vor allem BVB-Spiel nachher auch nicht so tief oder auch nicht so aus dem Effekt, aus Emotionen raus natürlich wie jetzt am Samstag nach dem Spiel. Weil Polizei sowieso auch ein schweres Thema überlegt, mache ich dazu was, mache ich nichts dazu, ich mache es jetzt mal ein bisschen diplomatisch, sage ich mal, weil ich mir auch schwer tue, diese Problematik werde ich sowieso jetzt hier nicht lösen, ist ja auch ganz klar. Aber es hat ja schon ein bisschen was ausgelöst, deswegen kann man es auch nicht einfach so außen vor lassen, deswegen gibt es auch ein paar Sachen drauf einzugehen. Natürlich wie immer bei so Geschichten viel Aussage gegen Aussage drin, dort wo sich die aktive Fanszene getroffen hat vom Stadion, stand die Polizei und das war wohl auch anders abgemacht, das wurde schon auch oft berichtet. Und das kann oder muss man dann fassen in dem Moment dann auch und hat es auch die Kurve quasi so gesehen als Provokation ansehen. Polizei dann auch der Meinung und auch getweetet, dass es dann zu wörtlichen Nötigungen kam und dann ja, hier war auch Thema Aussage gegen Aussage, weil Fanbetreuer und andere Augenzeugen, sage ich mal, sagen, das war eher deeskalierend und da war jetzt nichts Schlimmes weiter. Dann Polizei hat Platzverweise ausgesprochen und am Ende hat es dann davon auch noch elf Leute erwischt, die bis lange nach Spielende dann ja nicht in die Nähe durften, in Gewahrsam waren, wie auch immer. Und dann als Reaktion darauf gab es fünf Minuten keine Stimmung am Anfang, als Zeichen auch, hat der Kapo vorne auch erklärt, auch der Kurve erklärt, alles in Ordnung. Auch krasser Satz mit dabei gewesen, nur nach Motto, irgendwie hätte alle erwischen können mit ein bisschen Pech, also vielleicht jetzt sogar echt noch mehr, also fast richtig fansinnmäßig, was richtig erwischen können, auch für die Stimmung dann im Spiel gegen Dortmund. Also das hat auch einiges ausgesagt, logischerweise, wie gesagt, Aussage gegen Aussage, Polizei sagt natürlich, alles hat gepasst, gar kein Thema. Die Fans sagen nein, verschiedene Statements zu den Vorfällen, da haben wir eben auch, deswegen gehe ich jetzt gar nicht näher oder so krass nah auf Samstag ein, weil ich war auch nicht dabei. Ich habe auch nur Berichte und Geschichten gelesen, aber so ein bisschen eher das Grundproblem, würde ich fast sagen, auch da, wie gesagt, ein bisschen diplomatisch ran. Viele haben das auch genauer angesprochen, was am Samstag war, der STR-Podcast zum Beispiel, berichte sowieso, Artikel, Statements, dies, das. Will eher so ein bisschen aufs Grundproblem raus, dieses Feindbild-Fußball-Fans, sag ich mal, weil hier vor allem viel auf die Fans ein, aber zuerst auch Richtung Polizei, Thema Polizei, ist ja auch ganz klar, dass da auch generell, finde ich, in der Gesellschaft schon durchaus auch der Respekt so ein bisschen nachlässt. Der Respekt fehlt so ein bisschen vor generell, sag mal, Machtinstitutionen, wie auch immer man es formulieren will, aber hier in dem Thema eben die Polizei so. Also das ist generell keine gute Entwicklung, glaube ich, die dem auch nichts hilft. Dazu auch die Fans, wie gesagt, Samstag war es wohl anders, aber auch die Fans sind jetzt, natürlich je nach Gruppe, je nach Fanlager, wie auch immer, gibt es überall Unterschiede. Kann man auch nicht über den Kamm scheren, ganz sicher nicht, aber es sind natürlich auch im weiten Kreis dann eben auch keine Unschuld-Slammer so. Es gibt nicht umsonst immer wieder auch so Aktionen. Wie gesagt, am Samstag klang es tatsächlich danach, als wären es das da gewesen, als wäre da wirklich gar kein Thema gewesen. Und das ist auch das Thema, was man auch umdrehen kann auf die beiden Seiten. Man will ja als Fan keine Vorverurteilung von der Polizei haben, ist ja so ein Problem. Und wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, hier Feindbild-Fußball-Fan-mäßig. Andersrum passiert es aber halt genauso. Da muss man sich auch so ein bisschen an die eigene Nase packen, muss ich, würde ich fast sagen. Klar ist auch wieder nur online, auch nur Twitter, im echten Leben, wo du gegenüber von Polizisten stehst, sind vielleicht wahrscheinlich die meisten eher ruhig, was ja auch richtig ist so in den meisten Fällen. Deswegen aber hier Thema der Tweeter zuerst rauskam. Das erste, was angefangen hat, war sie von der Polizei aus. Wir haben hier ein paar Fans quasi festgehalten wegen Nötigung. Und direkt prompt drauf, also ohne die Chance auf irgendeine Form von, ich habe mir Berichte durchgelesen, ohne die Chance auf, ich habe was mitbekommen vor Ort, ohne Statements, wie auch immer, sofort kam raus, oh ihr seid so lächerlich, ach scheiß Polizei, was macht ihr da schon wieder? Oder wie gesagt, an dem Samstag, jetzt war es wohl auf jeden Fall oder scheint es so falsch zu sein. Das haben zu viele berichtet, dann wird da auch schon ein bisschen was dran sein auf jeden Fall. Aber so aufs Generelle gesehen, wenn du als Fan nicht verurteilt werden willst, vorverurteilt werden willst, andersrum die Polizei bei allem dann dadurch raus, resultierend auch zuvor zu verurteilen, hilft der ganzen Situation, der ganzen Lage, der ganzen angespannten Lage natürlich auch überhaupt nichts. So, ist ja auch ganz klar. So wird das Bild auch nicht besser. Da findet einfach auf beiden Seiten Vorverurteilung statt, die auch auf beiden Seiten einfach nicht nachlässt. Aber, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Fansseite, weil ich bin ja auch Fan. Also ich werde immer auch grundsätzlich auch schon emotional ein bisschen eher diese Fansseite in mir haben oder auf die Fansseite gehen bei so Geschichten. Und da, wie gesagt, vor Ort war ich nicht bei der Fanszene, gar nicht dabei gewesen. Aber ich war natürlich vor Ort beim Stadion hingelaufen und habe ich auch da im Spielvater schon angesprochen, das war schon ein heftiges Bild. Also das müssen wir also, ich sag mal, als 0815-Fan oder als jemand, der, keine Ahnung, als Vater sein Kind mitnimmt, zuerst mal ins Stadion, das ist, glaube ich, kein Bild, was du abgeben willst. Das ist kein Bild, das du brauchst auf dem Weg zu einem Fußballstadion. So ganz simpel formuliert, eine Menge, ein Aufkommen an Polizei, Polizeiwegen, Pferde, Wasserwerfer, auch richtig gut ausgestattete Polizei, das war schon heftig. Klar, Hochrisikospiel hier hin und her, ist ja nichts passiert. Kann uns auch als Win für die Polizei verbuchen, aber am Ende des Tages ist ja nichts passiert. Das ist schon heftig. Und wie hat das Spielfazit auch schon gesagt, ich bin ja sogar einmal, war ich noch nicht der Einzige, sogar mal stehen geblieben, irgendwie, was weiß ich, 100, 200 Meter vom Kurveneingang entfernt, weil ich dachte, hier geht es nicht weiter. So, war am Ende falsch, es ging weiter, aber es sah wirklich aus, als wäre gerade eine Blockade vor der Kurve, also ein bisschen mitbekommen, hier wurde was festgehalten, wir dachten, ja, vielleicht hängt es zusammen oder sowas, hier ist gerade eine Blockade vor einer Kurve. Nein, überhaupt nicht. Es waren nur riesen Polizeigruppen, riesen Polizeigreise, quasi Polizeigruppen in Kreisen hingestellt, nebeneinander. Und das hat so gewirkt, als wäre da eine Blockade so. Man konnte natürlich vorbeilaufen so, aber das war schon eine Menge, das ist keine Ahnung. Wie gesagt, das ist schlicht kein Umfeld, wie ich zum Stadion laufen will, wie ich rund ums Stadion irgendwie auf mich aufgepasst haben will, ganz doof gesagt. Das gibt mir auch kein Sicherheitsgefühl, bin, glaube ich, auch nicht der Einzige, was das angeht, aber es gibt mir auch kein Sicherheitsgefühl, eher das Gegenteil. Und auch da habe ich auch im Spielfeld danach gesagt, einen Tweet gesehen, den ich perfekt fand, auch für das Spiel, Sicherheit beginnt beim Maschinengewehr. Das ist natürlich satirisch gemeint, ja, sarkastisch gemeint, und das hat es eigentlich genauso beschrieben. Und ja, wie gesagt, vorhin hatte ich ein bisschen Voreingenommenheit gegenüber der Polizei. Jetzt müssen wir es halt auch andersrum drehen, logischerweise, aber auch natürlich fairerweise und richtigerweise. Nun eben der Voreingenommenheit der Polizei gegenüber der Fans sehen. Dies Jahr, es gibt zahllose Beispiele seit Jahren, Berichte quasi jeden Spieltag. Und da muss man wirklich das Gefühl bekommen, dass da halt schon ein besonderer Fokus liegt. Auf Fußballspielen, auf Fußballfans. Wie gesagt, das Polizeiaufkommen, der Umgang mit den Fans ist schon heavy. Wie gesagt, es gibt genug Beispiele, zum Beispiel bei uns in unserem VfB-Konst, das KSC-Ding. Wie gesagt, es ist ja selbst ein Derby. Und vielleicht manche sagen irgendwie, ja, Fan-Hass hier quasi VfB gegen KSC-Fans, aber selbst da, in der Sache vereint mäßig. Die wurden da ja auch festgehalten. 2019 müsste es gewesen sein vor dem Derby. Und da haben sie auch teilweise schon recht bekommen, dass das alles nicht okay war. Soweit ich das jetzt hier in Berichten gelesen habe. Natürlich auch bei uns schon oft Berichte gehabt von im Auswärtsblock. Thema KSC, bis dahin kam es ja gar nicht. Aber ich glaube, bei Gladbach war es mal. Ich glaube, es waren aber Orten in dem Fall. Bei Köln, ich glaube, das war sogar das Endo-Spiel, wo irgendwie der Einlassscheiße geregelt war. Und so Geschichten. Busse, die festgehalten werden auf dem Weg nach Stuttgart. Also auch Auswärtsfans haben hier kein schönes Leben, nach Stuttgart zu kommen, in manchen Fällen. Oder eben auch noch ein bisschen aktueller, sage ich mal, einprägsam für mich immer noch, war zwar nicht dabei vor Ort, aber habe ich natürlich in Fernsehbildern gesehen, in Hamburg. Wie gesagt, es ist nicht Stuttgart, nicht Polizei Stuttgart, aber in Hamburg, diese wirklich, man muss ja so sagen, diese geisteskranke Menge an Polizisten, an Polizei, die da quasi sich hinter die feiernden Spieler beim Auswärtsblock gestellt hat. Diese Menge, weiß ich nicht, von was sie damals ausgegangen sind, wahrscheinlich wurde auch nie aufgearbeitet, das Ding. Da war ja kein Blattsturm in Sicht, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Aber da stand eine Menge an Fans da, eine Menge an Polizei da. Das war ja absolut Wahnsinn, plus eben Thema Macht und so Geschichte, was Polizei die jetzt mal einsetzen kann. Schlagstöcke, Pfefferspray, wir hatten jetzt erst vor kurzem die Geschichte mit dem Auswärtsblock von Hannover bei Pauli, wo sogar berichtet wurde, das ist nicht bestätigt, fairerweise, aber es berichtet wurde und wenn es Anlass gibt, das zu berichten, dann ist da auch bestimmt ein bisschen Anlass da, dass sogar kurzzeitig überlegt wurde, Schusswaffen einzusetzen. Komplett vogelwild, muss man sagen. Jede Woche wird irgendwas Neues berichtet, das ist ja auch so das Thema, ist ja nicht nur, dass keine Ahnung, jetzt beispielsweise nur die VfB-Fans immer klagen, nee, es sind ja alle Fanhilfen von ganz Deutschland so, alle Fanhilfen und klar, Fanhilfen steht ja schon im Wort drin, helfen den Fans so, aber ich glaube, die haben jetzt nicht den Grundanspruch, den Fans nachzuplappern oder alles für die Fans auszulegen, so verstehe ich zumindest die Fanhilfen nicht. Das ist schon, das ist halt auch schon einfach ein Zeichen. Wie gesagt, das ist Aussage gegen Aussage, aber es ist eben die Menge, plus, was es bei mir eben auch so ein bisschen das große Thema ist, Thema Machtposition und Kontrolle eben, weil da passiert ja nichts. Ich glaube, das ist halt vor allem das, was die meisten Fans stört, man kriegt nichts mit von Konsequenzen gegen die Polizei oder sowas, aber eben genug von Konsequenzen für die Polizei, ich glaube, die Kollegen, die jetzt da die elf Stück werden wahrscheinlich auch wieder recht sicher und diese berühmte Datei Gewalttäter Sport eingetragen werden, vom Samstag geht ja wohl auch immer sehr schnell ohne jetzt persönlich immer erst betroffen gewesen zu sein, aber es geht mir ja wohl auch ziemlich schnell und ganz diplomatisch, sage ich mal, da ist halt gefühlt gerade keine Lösung in sich, so ganz simpel. Die Fans haben über Jahre sich eine Abnehmung in die Polizei aufgebaut durch Ereignisse, Polizei tut zumindest nichts aktiv gegen das Bild oder um das Bild der Polizei bei den Fans so rumgedreht, quasi sich irgendwie zu verbessern, logisch auch da, die müssen sich nicht jeden Scheiß erlauben, bin ich auch 100% dabei, die Polizei muss sich nicht jeden Scheiß gefallen lassen, aber Thema Macht und Thema auch Kontrolle oder ja, was der Anspruch eben, die sind ausgerüstet, die haben Ausbildung, die haben da die Macht einfach, da erwarte ich schlicht und ergreifend in der Situation von der Polizei mehr als von den Fans, was das angeht und ja, es ist jedes Mal Statement Polizei gegen Statement der Fans und ja, das war es dann eigentlich, die Fans regen sich auf, Polizei sagt, das hat alles gepasst und mehr passiert halt nicht, mehr Aufarbeitung kommt dann nicht, Berichte gibt es, wo sich seine Meinung bilden kann und da muss man ja auch sagen, es gibt ja auch genug Berichte und eben genug Geschichten, sodass es das, was man hier sagt, dass man sich als Fan irgendwie als Feindbild von der Polizei sieht, ja auch nichts zusammengereimtes ist und einfach eine riesen Datenmenge da ist, eine riesen Berichtmenge, da ist, dass man das halt durchaus schon so benennen kann und benennen darf auch und so werden halt eben in der Gänze die Stand-Erlebnisse auch einfach nicht besser so und was man jetzt zum Abschluss noch sagen muss, nach dem, was am Samstag natürlich passiert ist, was da berichtet wurde, waren wohl am Samstag tatsächlich die Fans im Recht und bin hier natürlich kein Experten in der Polizei, wir wurden es schon angesprochen, aber ich glaube, so habe ich das ganze Thema recht fair abgehandelt. Kommen wir zu positiveren Themen, dem Spiel am Samstag 2 zu 1, Sieg gegen Borussia Dortmund, auch hier schon viel gesagt im Spiel-Fazit, ganz klar, jetzt noch ein paar Statistiken hinterher, die ich nicht schon am Start hatte, am Samstag nach dem Spiel, einfach geil, auch da, wie immer, gerne in Polkantstadt reinhören, da habt ihr auch schon Teile gehört, die ich auch hier ein bisschen übernommen habe, aber auch ein paar Teile mehr in meinen Einspielern, Dateneinspielern, auch zum BVB-Spiel, 2 zu 1, den BVB geschlagen, mehr als hoch verdient, so ab in die Stats rein, mit 5 haben jetzt die meisten Elfmeter bekommen in der Liga, davon aber eben auch 3 verschossen, 3 am Stück, die Kohlparade gegen Führig war auch die erste BVB-Elfer-Parade, also vom Torwart die Parade bei einem Elfmeter seit 10 Jahren, seit Roman Weidenfeller, Vogelwild, Gerasi jetzt bei 15 aus 9, ein Tor alle 44 Minuten, muss ich einfach fragen, wo, wer ist Kane, was ist Kane, kenne ich nicht persönlich, 2 zu 1, hätte natürlich viel zu, viel, viel höher ausfallen müssen, ist ganz klar, Bundesliga listet 4,29 zu 1,12 x Goals, klar, bei uns sind 2 Elfmeter mit drin, irgendwie 0,77 jeweils, aber beim BVB muss man auch sagen, das Füllkrug-Ding, habe ich irgendwo lesen, soll irgendwie bei 0,9 oder so ein bisschen höher gewesen sein, sogar der Wert, weil er war ja eingeschoben aus 2, 3 Metern, das heißt beim BVB war bis auf das, oder nach dem Tor, wie es ja auch spielerisch war, aber nochmal krass im Wert zu sehen, nichts, auch im X-Goals-Wert nichts da, außer diesem Tor, 22 zu 5 Torschüsse, nur einer mehr gab es noch gegen Hoffenheim, jetzt mal ein bisschen Saisonvergleichen bisher, 10 zu 1 Torschüsse, direkt aufs Tor, nur gegen Darmstadt haben wir noch einen mehr abgefeuert, mehr Ballbesitz, 613 Pässe gespielt so, und zwar nur um 1%, aber 89% Passquote, auch das, wie der Bundesliga so verzeichnet, ist die beste Passquote von uns in der Saison gewesen, wie gesagt, um 1%, aber nur beste Laufleistung, genauso knapp, beste Laufleistung um 100 Meter war das gegen Dortmund, Sprints und Zweikämpfe waren wir auch besser als der BVB, und auch die 6 Ecken, die wir hatten am Samstag, sind Topwert nach Bochum, da waren es dann glaube ich 7, aber generell, glaube ich, eine war mal gefährlich mit Anton, war es glaube ich im Kopf, weil sonst waren die aber eher schwach, die Standards, das war ein Statement, und klar, Hamann ist umstritten, aber da hat schon ein bisschen auch Zuneigung, würde ich fast sagen, zum VfB teilweise, der wie gesagt, quasi hoch verdient wäre ein Understatement, sondern das war ein Klassenunterschied, und klar, wie gesagt, er ist umstritten, aber das ist einfach ein geiles Wort zu so einem Spiel zu lesen, VfB, BVB, und der VfB gewinnt das Ding mit einem Klassenunterschied, das geht schon runter, wie sonst was, 24 Punkte nach 11 Spiel haben wir jetzt am Start, das ist komplett wild, Platz 3, letzte Saison, das nach 28 Spieltagen gehabt, die 24, witzigerweise auch das, nach dem BVB-Spiel, nach dem 3 zu 3 Last Minute, bin da, habe ich auch nie für mich behauptet, deswegen auch hier nochmal, bin kein Taktikexperte oder sowas, aber auch nach dem 3 zu 3 von so ein paar, in Anführungszeichen, bekannten Taktikexperten auf Twitter, auf Spotify Podcast, die Geschichten, wurde auch extrem viel gelobt, war auch wieder, geht jedes Mal wieder runter, wie Wasser, anderer Ansatz, war auch taktisch ein bisschen mit dabei, Mittelstädt drin, Levering drin, beides auch wirklich ordentlich gemacht, Mittelstädt sowieso stark, total top und auch Levering hat das sehr, sehr stark gemacht, sein bestes Spiel beim VfB auf jeden Fall, Beispiel auch das 1 zu 1 von unserer Spielweise, wie gut das alles läuft, wie flüssig das läuft, Weltklasse Ball von Ito, Levering auch top angenommen, top weitergeleitet unter drin, das ist einfach geil, das ist einfach geil, das ist Fußball zum Genießen, vom BVB, wie gesagt, kam gar nichts, ist natürlich ein bisschen fies, will jetzt gar nicht so böse sein, aber diese Terzic-Memes teilweise dazu, auch von BVB-Fans selber, das ist ja auch Geigenhumor, kennen wir ja auch, aus schlechteren Phasen bei uns, sind zu geil, in dem Motto, Halbzeitansprache, BVB, und dann kommt dieser Clip aus dem Sportstudio, wo ja irgend so ein Fangesang zitiert der Terzic, das ist unfassbar witzig, war auf jeden Fall, haben Sie gesagt, ein riesen Stadionerlebnis, auch das nochmal, das hat ein paar Tage gebraucht, um das sacken zu lassen, aber es war ein riesen Stadionerlebnis, ein riesen Spiel, eine geile Stimmung, ist wirklich alles in allem, ein traumhaftes Erlebnis, ein traumhaftes Stadionbesuch, am Samstagmittag, und da natürlich auch wie immer, gerne noch den Audio-Vlog abchecken, mit ja jetzt auch, seit dem BVB-Spiel, haben wir es umgesetzt, und auch vielen Dank, dass da wirklich auch einige, Anführungszeichen, daran teilgenommen haben, oder mir Sachen geschickt haben, mit den Elfmeter-Clips auch, zum Gerasi-Tor, hat natürlich auch nochmal, sehr aufgewertet, auch ein paar Spielszenen zu haben, wenn ich es schon aus der Kurve nicht filmen darf, deswegen das auch gerne nochmal abchecken. Das war es mit Teil 1, gerne direkt weiter zu Teil 2 gehen, da geht es ums Zwischenfazit, denn wir posten uns so ein bisschen Mischmasch an VfB-News, immer gerne eure Meinung zu Polizei, zu dem BVB-Spiel in den Kommentaren, Like, Abo, auch ganz klar Geschichte, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.